Sie sind selbstständig erwerbender oder ein ohne Lohn mitarbeitendes Familienmitglied. Dann sind Sie nicht obligatorisch gegen Unfälle und Berufskrankheiten versichert. Dank der freiwilligen Unternehmerversicherung der SUWA können auch Sie sich gegen Unfälle in Beruf und Freizeit versichern. Und so hilft Ihnen die Unternehmerversicherung bei einem Unfall. Das ist Herr Meier. Er ist Maler und ist selbstständig erwerbend. Eines Tages fällt Herr Meier beim Malen vom Gerüst und verletzt sich schwer. Er muss operiert werden und wird in die Rehabilitationsklinik der SUWA in Bellikon verlegt. Nach ein paar Tagen Aufenthalt wird Herr Meier aus der Klinik entlassen und weiter behandelt. Es entstehen hohe Heilkosten. Doch Herr Meier muss sich keine Sorgen machen. Die freiwillige Unternehmerversicherung der SUWA übernimmt sämtliche Heilkosten. Und bezahlt diese direkt an die Rechnungssteller. Für Herrn Meier entstehen keinerlei Aufwände, wie zum Beispiel das Vorauszahlen und Weiterleiten von Rechnungen. Herr Meier ist erleichtert. Aber leider verzögert sich die Genesung und Herr Meier ist weiterhin zu 100% arbeitsunfähig. Aber auch hier lässt ihn die freiwillige Unternehmerversicherung nicht im Stich. Das ist Herr Meiers versicherter Jahreslohn. Da er nicht arbeiten kann, erhält Herr Meier ein Taggeld. Dieses entspricht 80% seines versicherten Jahreslohnes. Dieses Taggeld erhält er so lange, bis er wieder arbeitsfähig ist. Im schlimmsten Fall ist Herr Meier so schwer verletzt, dass er nie wieder arbeiten kann. Dann kommt die Invalidenversicherung zum Zug. Die freiwillige Unternehmerversicherung der SUWA stockt hierbei die Leistungen der IV auf 90% des versicherten Jahreslohns auf. Mit Teuerungsausgleich. Und das nur bei der SUWA lebenslänglich. Die wichtigsten Leistungen nochmals im Überblick. Die Rechnungen werden direkt von der SUWA bezahlt. Sie haben keine Franchise und keinen Selbstbehalt bei Arzt- und Spitalkosten. Zeitlich unbegrenztes Taggeld und eine lebenslange Rente sichern Ihr Einkommen. Dank der Assistance bietet die Unternehmerversicherung medizinische Hilfe auf der ganzen Welt. Und die Witwen- und Waisenrente versorgt ihre Hinterbliebenen. Musik 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 Musik